Und jetzt möchte ich, dass du uns alles erzählst. Alles, woran du dich erinnerst. Ich kann mich an nichts erinnern. Wir brauchen deine Hilfe, damit wir deine Freunde finden. Dieses Haus! Was? Er erzählte uns von einem Geisterhaus. Wer? Der Mann von der Tankstelle. Glaubst du, deine Freunde sind noch dort? Hälf mir! Glaubst du, dass man ihnen schee gesagt hat? Glaubst du? Ja! Ja!